Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich in das Faireson Spa zu unserem sonntäglichen Familienbuffet für die ganze Familie einladen. Wir bieten Ihnen eine reichhaltige und abwechslungsreiche Auswahl an verschiedenen Speisen, Vorspeisen, Salaten, Hauptgängen und natürlich an Klößen. Für die kleinen Gäste haben wir ein Kinderbuffet und ein Dessertbuffet vorbereitet. Und natürlich sind die Getränke von 12 bis 15 Uhr bereits inklusive. Es würde mich freuen, Sie bald als Gäste bei uns begrüßen zu dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017